Freunde werden Layla Lahua und Kim Virginia Hartung in diesem Leben wohl nicht mehr. Seitdem sie im Dschungelcamp wegen Lailas Freund Mike Heiter aneinandergerieten, liegen die beiden Frauen im Clinch. Nun ist der Streit in die nächste Runde gegangen, denn Layla hat ihre Kontrahentin vor Gericht gezerrt. Aber von vorne, Kim hatte immer wieder gegen Layla gestichelt, was diese nun scheinbar nicht länger auf sich sitzen lassen wollte. In ihrer Instagram-Story erzählte Kim. Sie meinte auch, sie will nichts mit mir zu tun haben. Aber dank ihrer Unterlassungsklage, durch die ich nicht mehr darüber reden sollte, wie sie Teezy aus dem Nichts vermöbelt hat, will sie mich wohl vor Gericht nochmal lange wiedersehen. Weil, die habe ich natürlich direkt in den Müll wandern lassen, angesichts dessen, dass eine PG, prominent getrennt, Anmerkung. Die. Red. Reaction von ihr kommen sollte zu meiner Backpfeife. Damit meint Kim eine Szene aus Ex on the Beach, bei der Layla handgreiflich gegenüber ihrem Ex-Freund Teezy geworden war, woraufhin sie aus der Sendung geflogen war. Kim hatte die besagte Szene einst in ihrer Instagram-Story gepostet, offenbar zum missfallen Lailas. Dabei ist die Frankfurterin nicht die erste, die Kim mit rechtlichen Konsequenzen droht. Auch Lailas Freund Mike Heiter hatte vor einigen Wochen seine Anwälte eingeschaltet, weil Kim laut ihm Lügen über ihn verbreitet habe. Keinen Bock mehr darauf. Wenn sie es so nicht versteht, vielleicht versteht sie es so, erklärte er dazu im Februar. Wie die Situation ausging, ist nicht bekannt. Ebenso wenig ist bekannt, ob Lailas Unterlassungsklage gegenüber Kim Erfolg gebracht hat. Wie die Situation ausging, ist nicht bekannt.